Die Kamera wieder an. Kannst du mir mal helfen, bitte? Ich bin so doof. Das ist mir auch noch nie passiert. Kann ich ein bisschen unten lassen, Markus? Dann wird nachher sehr, sehr laut. Aber wir haben hier... Ja, wenn du das auf dich richten willst. Das ist schlagend, das ist gar nicht schön. Das ist Meist. Man ist đã das auf dich. Das ist großartig. Ich kann mich auch noch zusammen. Das sieht aus. Die Kamera der 보면 papers. Das war die Frage. Entschuldigung, ey. Da hatte ich eine Runde mit einem von den Italienern auf dem Fahrsitz. Da war Abwehrseifen fünf Kilometer lang Geld für nichts, für gar nichts. Ja, die sind da sehr vorsichtig geworden, ne? Also, ein Kollege sagte zu mir, bevor die da einmal irgendwie ein bisschen zu spät, macht die lieber. Ich finde das auch gut. Grundsätzlich vorsichtig, ja. Ich glaube, wenn man aber jetzt... Das war natürlich völlig verständlich. Das ist, wenn man gerade fährt und ich weiß wie. Ja, ich freue mich. Er lässt ihn fliegen. Ja, ich freue mich. Oh, liegt der schön. Oh! Ja, gut. Das ist aber klar, dass man... Ja, gut. Das ist aber klar, dass man... Dass man da etwas länger braucht für, um das rauszukitzeln, was du machst. Das ist klar, Markus. Das ist wirklich klar. Ja, das... Das wird definitiv meine Schnellzone. Definitiv. Und deine Traktion ist so stark, finde ich, dass man vergisst, dass du einen Frontantrieb hast. Das ist die Sperre, ne? Okay. Da ist ja eine mechanische Sperre drin jetzt. Das war die so gut. Das habe ich aber auch schon gehört, dass das auch einen Heidenunterschied macht, ne? Diese Sperre. Der normale Golf 7, WTI, BP und CS und so weiter. Ja. Die haben so eine XDS oder elektronische Sperre, die mit Bremseigen funktioniert, ne? Macht der hier aber nicht. Der bremst nicht. Sondern da hat eben eine richtige Mechanischsperre drin. Aber ich weiß, was du meinst mit diesem Millimeter ausnutzen. Dass man das irgendwo mal ein bisschen beigebracht kriegen muss. Das ist... Das ist klar. Oh, das erinnert mich gerade an deinen Code Braun. Also, das Video werde ich auch nicht vergessen. Code Braun. Ich habe 15 Mal zurückgeschrieben. Ich habe mich so für dich gefreut, Markus. Ich habe... Ich war so stolz auf dich, obwohl ich dich nicht in der Nähe hatte. Du kannst... Du musst... Also... Ich habe in dem Moment wirklich... Du hast... Das kommt mir ja so vor, als ob das Minuten wäre. Ja. In Wirklichkeit sind das Zehntel Sekunden, ne? Ich habe echt in dem Moment gedacht, scheiße. Jetzt versenkst du schon wieder ein Auto. Aber es war auch knapp. Es war auch knapp. Es war auch knapp. Nämlich auch. Es war echt mutig, die so zu nehmen, die Kurve. Und jetzt geht noch mal rein. Boah, das ist doch nicht schon rein. Was für eine schöne Fondripo. Uiuiui! Du weißt aber auch genau, was dein Auto fand. Das merkt man aber auch. Sowas musst du gar nicht anfangen, wenn du dein Auto nicht kennst. Da ist das schön. Autos langsam laufen. Hast du hier mit der Sperre gemacht? Ja, sagen wir mal. Das ist ja heftig. Ja. Man spürt aber auch alles. Man spürt die Grip. Man spürt die G-Grip. Das ist heftig. Juhu! Wie er das auch alles mitmacht hier, der Kollege. Wie er das auch alles mitmacht hier, der Kollege. Boah! Schön. Ich wollte den jetzt nicht erschrecken, ey. Ich krieg den schon da aus. Ja, ja. Weißt du nicht, wie die Leute da reagieren. Und das gehört für mich auch mit zu können, ne? Ja. Alle vier. Ja, das ist wohl die heftigste Woche. Mal kommst du nicht drücken. Wie ist das denn dafür ähnlich? Ey, ich habe eigentlich gerade mit einem Kreislaufproblem. Aber irgendwie merke ich nichts mehr. Wie ist das? 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 Ja, das ist ja ganz kurz. Aber da bin ich echt dankbar, dass ich mit der Runde mit dir da ein bisschen fremfahrt hatte. Hat mir mega Spaß gemacht. Danke dir. Ich finde sie irgendwie hört dazu, ey. Aber es war mal echt schön zu spüren, wie über diese Sperre du den Frontantrieb so schön lineär halten kannst. Also nicht, dass er dich... Bertiadischenissance Path,